hallo und herzlich willkommen meine lieben wagen es gibt wieder eine neue legung für euch ja weil die energien sind ja auch immer fließend und es passieren dann einfach neue dinge und ich möchte jetzt einfach mal schauen was kommt als nächstes ja was ist so als nächstes das thema bei euch okay meine lieben dann lasst uns mal beginnen ich werde hier zuerst mit den lennermont karten fragen was als nächstes kommt und dazu benötige ich zwei karten schon mal sehr toll die sonne so was kommt hier für die wagen als nächstes sonne und wolken okay so so mit den energien hier sehe ich hier zwillinge wage wassermann jemand jüngeres oder jemand gleichaltrig ist jemand mit blonden haaren oder hellen haaren ja hier würde ich sagen eher graue haare weiße haare perücke oder eine glatze ja also es kann sein dass die ein mann glück bringt ja oder es falls es hier bereich liebe ist einem dann habt ihr momentan herausforderungen im bereich der liebe also es gibt höhen und tiefen ja und ja das ist einfach vielleicht auch hindernisse geben kann genau ja mal mal sonnig mal wolkig okay also ich denke ich erfahre mit den nächsten karten hier einfach mehr damit ich weiß ist es hier bereich liebe oder vielleicht dann doch was anderes mehr details bitte sechs münzen umgedreht sechs stäbe königin der münzen moment eine nehme ich noch auf dieser reihe okay und die zwei stäbe so lass mich noch noch eine reihe auslegen ich sehe hier die energien von stier löwe steinbock und widder schau an es könnte bereich liebe sein okay also asterkelche achterkelche umgedreht mehr details ihr bitte vier stäbe fische und widder schau an sechs münzen noch mal also noch mal die stier energie es kann sehr gut sein dass es sich hier um liebe handelt ja also mal ist es sonnig mal ist es wolkig also herausforderungen ja im bereich der liebe gute und schlechte zeiten ja schon die erste karte man sieht es hier ihr habt so das gefühl es ist gerade nicht in der balance ja mein partner gibt mir nicht so viel aufmerksamkeit und mein partner ist ja unterstützt mich nicht so sehr wie ich gerne hätte ja und das das verletzt dich ja ich denke schon dass hier liebe ist starke große liebe bewundernde liebe auch ja schon mal hier mit den sechs stäben aber es ist halt nicht im gleichgewicht ja und das spürt ihr wahrscheinlich spürt ihr sie jetzt schon ja wo ich jetzt auch die legung machen ja ich bin da gerade nicht so so total zufrieden in meiner partnerschaft ja ich ich wir sind irgendwie gerade auch stagniert ja in unserer beziehung da gibt es jetzt wirklich ja nicht mehr so viele tolle tolle zeiten sondern auch mal schwierige zeiten und ja das gefällt mir so nicht dennoch würde ich sagen was hier kommt hier kommt wieder irgendjemand ist hier sehr mütterlich sehr unterstützend versucht trotzdem den anderen ja also nicht streit sich zu streiten sondern eher ja wie kann ich dir denn helfen und komm lass uns das machen also hier ist schon jemand vielleicht ist es dein partner ja das weiß ich nicht weil ich halt hier mehr die erzeichen und die feuerenergie sie ja kann auch sein dass du das noch im aszendent hast aber hier ist jemand der der gibt nicht auf der oder die gibt nicht auf ja nein ich möchte wieder harmonie in meiner verbindung haben ja wir müssen natürlich schauen wie wie können wir das gleichgewicht wieder herstellen okay was gibt es hier sonst noch ja also stagnationen dinge die unfair sind das gefällt euch nicht und ja und ein partner versucht es hier zu beseitigen zu verändern totale stagnation ja also ritter der münzen der ist ja schon der langsame ritter aber so da geht ja mal gar nichts voran okay und ich denke das ist dann störend ich weiß jetzt natürlich nicht für wen es jetzt in der partnerschaft gelten kann ja bereich beruf kann es natürlich auch sein weil ich auch viele münzen hier sehe ja dass es da stagnationen gibt ja das gefällt euch nicht falls es der berufliche bereich sein sollte auch da gibt es stagnationen man möchte hier etwas verändern ja man möchte etwas zurücklassen man möchte dinge die einem nicht gut tun zurücklassen man möchte hier schon totale veränderung haben es fühlt sich einfach sehr anstrengend an ja okay deswegen mache ich ja auch nachher noch eine legung mit lösungen ratschläge wie könnt ihr das verbessern was ist hier zu tun ja und was ist dann das ergebnis wenn ihr das tut das möchte ich mir nachher anschauen aber hier noch mal was gibt es hier sonst noch ja sonnig wolkig ja herausforderungen in einer beziehung in einer partnerschaft es ist sehr sehr langsames vorankommen ich würde aber auch wieder auch mit diesem kader sehen stagnation also es gibt gerade herausforderungen dinge die nicht weitergehen in deiner partnerschaft könig der stäbe umgedreht ist jetzt aber auch nicht so toll ja also ich würde sagen doch streitereien streitereien zu hause ja es gibt ja weil es jetzt auch so zusammen dann rausgekommen ist also nacheinander streit zu hause ja wir müssen mal schauen für wen das so stimmig ist oder streit mit der familie ja also ja das ist das was jetzt zu sehen ist ja aber es gibt ja für alles lösungen es gibt für alles chancen es anders anzugehen und falls ihr das sehen möchtet in meiner weiterführenden legung dann kommt gerne in die kanal mitgliedschaft ja ihr könnt ja auch einfach mal monat rein schnuppern und ich habe so viele videos drin auch für die wagen ja es lohnt sich definitiv und auch wenn ihr einfach im leben auch weiterkommen möchtet ja also jetzt nicht nur diese information ja es ist so stimmt es ist stagniert aber wenn ihr auch mal die lösung wissen möchtet ich meine persönliche kartenlegungen sind natürlich das beste da könnt ihr mich auch gerne kontaktieren per e mail aber wenn ihr euch jetzt die lösung noch anschaut oder die ratschläge die ich jetzt erfragen werde in der weiterführenden legung ist das jetzt aber auch schon hilfreich also meine lieben wagen ich wünsche euch alles liebe und alles gute